Roger's new KDS 700 Wo ist denn der Roger? Da ist Roger und da ist der Hubi Oh, schön in der Sonne. Der Garten ist zu mir. Es geht auch nicht mehr. Es bleibt dran. Es geht nicht mehr. Es ist kaputt. Es ist ja gar nichts vom Hubi In der Sonne drin. Hat gerade gut ausgesehen. Es ist ja gar nichts vom Heli. Es ist nur so ein Punkt Ja, Roger! Reversal! Wo ist denn der Hubi? Du Lande, wir schlaufen die Hand rein. Wir schlaufen die Hand rein. Wir filmen schon. Kack. Gehreit noch eine Stunde. Hau ihn mal auf den Bugl! Er läuft schon leise für Geradverzaunung, oder? Er hat auch keine Drehzahl drauf. Er fliegt ja mit 30 Hundert von Drehungen. Und dann noch eine Stunde. Was ist angst? Mir ist Angst. Braucht man das? Braucht man das? Ja. Achso. Komplette Filme. Einer filmt die Anlage und einer filmt der Hubi. Aber der ist noch ein bisschen hecklastig. Du musst halt gucken. Da fliegt schön damit, gell? Mhm. Krass gut. Krass gut? Ja. Krass gut heute. Ja, krass gut. Das ist ein guter Tag. Ja. Ja. Hunger hätte ich jetzt so. Du auch. Hä? Ja. Die Mutter ist so gut. Jetzt haben wir da gar nicht mehr Heber. Wie lange geht denn das noch? Hä? 20 Minuten. Oh Gott. Oh je. Oh ja. Jetzt habe ich es nicht gefilmt. Mach es noch. Wir haben es nicht gefilmt gerade. Aber nicht jetzt. Nein. Weiter wegfliegen. Weiter wegfliegen. Mir ist Angst. Oh ja. Wird schon das erste 3D Versuch. Mach nicht hin, gell? Mit Gewalt. Mit dem? 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 Ich weiß nicht. Ah. Ich weiß nicht. Meil. Hast du dich verstehren oder? Einmal. Was ist das? Mollte eigentlich nicht. Oh, noch Hubi, sieht gar nichts. Das ist sicher gefällt mir nicht. Ja, das ist zu wenig Drehzahl von dem Kopf, kann ich schon mal gesagt. Meinst du, das siehst du am Kopf? Sehr wenig Drehzahl, ja. Also der Stefan, der fliegt ja den gleichen. Der fliegt ja mit 1100, aber ganz ruhig. Aber der hat noch ein Schlägfahrtshantel drin. Vielleicht ist irgendwo eine Unwucht drauf, ja? Ja, das denke ich mir. Kann auch sein, ja? Ja, sprechen Sie mal mit dem Herrn Professor Doktor. Ja, genau. Und Info, Licht kannst du ausmachen, ne? Ist ja Licht an, oder? Ja. Warum gerade das Licht auch? Jetzt hast du irgendwo drauf gedrückt. Kann man aus. Licht. Wichtig ist nur, dass da eine rote Lampe leuchtet, der jetzt auf dem Display. Ja. Ich glaube schon. Das müssen wir gestern gegangen mit der Kamera oben drauf, weißt du? Okay, also dann machen wir raus, oder? Ja. Können wir nachher noch einen Kaffee trinken, ja? Ja, genau. Kaffee? Ja. Ja, ich muss das. Dafür, dass ich sieben halbe aufhabe, bin wir ganz gut geflogen, oder? Ende. Sehr gut. Für sieben halbe? Es ging gut für sieben halbe, ja. Sieben halbe. Sieben halbe. Sieben halbe im Gründinner. Ja. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ha, ha, ha.